Hi! Ja, warum fangen wir eigentlich die Podcast-Folge nicht einfach so an? Hi! Und nicht wie immer. Obwohl es mir ja zugegebenermaßen widerstrebt. Es widerstrebt mir einfach, weil ich so gewohnt bin. Weil ich diesen Satz, den ich immer sage, bevor ich eine Podcast-Folge einspreche, mit so ein paar Varianten oder Nuancen, weil ich das immer so mache und weil ich das auch gut finde, weil es mir und euch Sicherheit gibt. Ja, dieser Podcast fängt immer so an. Dieser Podcast heute nicht. Der ist ein Experiment. Und ich habe keine Ahnung, wo uns das hinführt. Ich habe kein Script. Ich habe einfach gesagt, ich mache das Ding jetzt an und nehme das hier für euch auf. Denn ich möchte ein Learning mit euch teilen. Und ich denke dabei auch an jemanden, den ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Einen jungen Unternehmer. Aber mehr dazu vielleicht später. Vielleicht erst zu dem Learning dieser heutigen Podcast-Folge. Denn ich möchte gerne mit euch teilen, was es heißt, alles zu sein außergewöhnlich. Das war auch mal ein Claim, den ich für eine unserer Firmen damals entwickelt hatte. Sei alles außergewöhnlich. Förster und Kreuz hat auch ein Buch rausgebracht zum Thema Alles außergewöhnlich oder außergewöhnlich, glaube ich, hieß der Titel nur. Und es ist deshalb so wichtig und auch so ein wichtiges Learning in meinem Leben gewesen, weil es mir verholfen hat, dort hinzukommen, wo ich heute bin. Tatsächlich, dieses sei alles außergewöhnlich, hat mich da hingebracht, wo ich heute bin. Und wenn du jetzt neugierig bist, machen wir doch noch eine kurze Unterbrechung, wie wir das kennen. Und dann geht es los hier mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, bis gleich. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Hey, hast du geglaubt, ich würde auf dieses Intro verzichten? Auf keinen Fall. Wir können diese Podcast-Folge anders anfangen lassen. Aber so ein paar Sicherheiten wollen wir uns dann doch bewahren. Ein paar Dinge, die in unserem Leben stabil sind, sind extrem wichtig für uns. Das gibt uns Orientierung, das gibt uns Halt, das gibt uns Sicherheit. Und das ist auch gut, so wie es ist. Dieses sei alles außergewöhnlich bedeutet nicht, alles über den Haufen zu schmeißen, sondern diese Außergewöhnlichkeit in uns selbst zu entdecken. Das ist eigentlich das Wichtigste. In uns selbst zu entdecken und uns als Mensch, als Individuum, als Persönlichkeit, als einzigartig zu entdecken. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke und mir mal anschaue, was so meine Stationen im Leben waren, dann waren diese Stationen spannende Stationen, aber ich war niemals laut in diesen Situationen. Und was ich mit laut meine, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal so überlegt, wenn ihr alles kennengelernt habt, dann gibt es so Menschen, so eine Kategorie Mensch vielleicht auch, die sich so heraustut, indem sie einfach lauter sind. Zum Beispiel, wenn ihr eine Barbecue-Party macht oder in einem Meeting oder so. Das sind Menschen, die sich so ganz laut herausnehmen. Denen geht es gar nicht darum, was sie sagen oder dass das irgendwie gehaltvoll ist, sondern es geht einfach um die Lautstärke. Das soll jetzt gar nicht abwertend sein, sondern das soll einfach eine Feststellung sein, dass diese Menschen sich dahingehend profilieren, auch innerhalb einer Gruppe, indem sie durch Lautstärke versuchen zu überzeugen. Also eine Präsenz zu zeigen in einem Raum, die allein durch die Lautstärke eine Aufmerksamkeit schafft. Und das finde ich ganz interessant, weil so war ich nie. Also ich war nie so, dass ich irgendwie in eine Gemeinschaft und in eine Gruppe gekommen bin und mich dann durch eine besonders laute Präsenz hervorgetan habe, sondern ich war eher so der Beobachtende. Ich wollte erst mal sehen, wie funktioniert die Gruppe, wie kommuniziert die Gruppe, wer möchte gern Leader sein. Und das ist ein Unterschied zu denen, die Leader sind und die, die das gern wären. Wer hat ein besonderes Interesse an dieser Gruppe? Also es sind verschiedene Mechanismen, die ich erst mal versuche zu verstehen. Ich bin ein großer Fan von Körpersprache. Also habe da auch viele Jahre trainiert, genau das zu beobachten, zu analysieren, zu überprüfen, lag ich richtig oder nicht. Viel gelesen dazu. Also das ist so ein Hobby von mir. Und was ich ganz interessant fand, war die Beobachtung, dass die Lauten auf die waren, die das ganze Spiel gewannen. Die Lauten waren auf die, die das ganze Spiel gewannen. Also die besonders hervorgestochen sind. Es ist, ich glaube, also, wie fange ich den Satz an? Es ist tatsächlich nicht die Lautstärke. Es ist nicht die Lautstärke, die das Außergewöhnliche macht. Nicht immer ist die Lautstärke. Oftmals ist die Lautstärke auch einfach nur eine Maske. Oft ist die Lautstärke auch einfach nur ein Täuschkörper. Oder auch eine Strategie, die ich einfach verwende, um eine gewisse Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Und wenn ich dann nicht nur noch laut, sondern auch vielleicht ein Stück weit charismatisch bin, dann habe ich natürlich einen Magneten in der Tasche und die Leute sagen, wow, der oder die ist mir aufgefallen durch die Lautstärke. Und dann ist auch noch ein gewisses Charisma dahinter faszinierend. Und dann ist das Gesprächsthema oder der Gesprächsfokus in der Gruppe eher bei dieser Person. Nicht immer, aber eher bei dieser Person. Wie gesagt, das war ich nie in meinen ganzen Etappen im Leben, war ich niemals der, der sich da irgendwie besonders lautstark in Szene gesetzt hat. Aber ich habe dann ja irgendwann angefangen, mich mit Marken zu beschäftigen und habe gemerkt, die Lautstärke der Marke ist gar nicht so sehr ausschlaggebend, wenn ich, und jetzt ist der wichtige Satz, wenn ich andere Mechanismen nehme, um meine Außergewöhnlichkeit zu zeigen. Also nochmal, die Lautstärke für meine Marke ist gar nicht so ausschlaggebend. Also Lautstärke kann zum Beispiel ein Marketingbudget von 5 Millionen sein. Das kann auch laut sein. Das kann ich überall in allen Medien spielen, da bin ich laut. Bam. Da bin ich präsent. Aber ich kann trotzdem erfolgreich sein, wenn ich dieses Marketingbudget nicht habe. Ich muss aber dafür kreativer sein. Macht zugegebenermaßen viel mehr Spaß. Also wenn ich zu viel Geld habe für irgendwas, dann ist es eher leichtfertig gestreut und gesagt, okay, dann bin ich halt in allen Medien präsent. Wenn ich ein bisschen weniger habe oder deutlich weniger habe, dann bin ich eher gefordert, kreativ zu sein. Und das ist, also das ist, in meiner Welt ist das, ist dieser Kreativprozess der viel spannendere Prozess. Also wie kann ich mit gar keinem Marketingbudget trotzdem eine Marke erfolgreich machen? Das ist die viel geilere Frage. Weil mit Geld kann ich mir Präsenz und Lautstärke kaufen. Das ist kein Thema. Aber wie kann ich das ohne Geld machen? Wie kann ich das ohne großes Marketingbudget machen? Das ist die Challenge. Und das ist der Kreativprozess, der mich persönlich jetzt fasziniert. So, kommen wir zur Außergewöhnlichkeit hin. Das Thema Personal Branding bedeutet, ich muss bereit sein, mein Ego rauszulassen. Ich glaube, es war eine Facebook-Gruppe, da habe ich mal gelesen, ja hey, Personal Branding, das ist doch nur was für Egoisten. Ja, und das ist richtig. Es ist nur was für Egoisten. Ego, Latein, Ich, ja, das ist nur für Leute, die sagen, ich bin es mir wert, mich als Marke zu zeigen, mich als Marke zu positionieren, mich als Marke zu inszenieren. Und mit inszenieren meine ich, sich als spannende Marke zu zeigen, ja, und sich als Marke auch zu profilieren, also bekannter zu werden. Das sind die drei Säulen, die ich in der Markenführung immer wieder beleuchte. Das ist ein stabiles Konstrukt für eine Marke und das ist eine Konstruktion, an der ich niemals vorbeikomme. Wenn ich nicht richtig positioniert bin, dann kann ich mich auch nicht richtig inszenieren, dann bin ich nicht spannend, ja. Und wenn ich nicht spannend bin, kann ich mich nicht profilieren, dann kann ich nicht dafür sorgen, dass ich bekannter werde. Ich brauche also alle drei Säulen. Ich kann nicht sagen, okay, Inszenierung lasse ich weg. Warum? Weil mein Ego das nicht will, ja. Weil ich, hey, ich will mich nicht inszenieren. Ich will mich da nicht besonders herausstellen da draußen, ja. Ich bin lieber die kleine graue Maus, aber wenn du die was fragst, dann weiß die was. So, die kleine graue Maus wird niemals bekannt werden. Sie wird sich niemals profilieren können. Da kann sie die geilste Positionierung haben. Wenn sie bei der Inszenierung schlapp macht, funktioniert die Profilierung nicht. Ja, also diese Säulen halten diese ganze Konstruktion, aber sie bedingen einander. Ich muss sie alle drei spielen, wenn ich erfolgreich eine Personal Brand oder eine Corporate Brand bauen möchte. Ich brauche nur einen kurzen Augenblick deiner Aufmerksamkeit. Wenn dich nicht nur einen Perspektivwechsel, sondern eine genaue Anleitung interessiert, wie du einen selbstbestimmten, glücklichen und erfüllten Family & Business Lifestyle leben kannst, dann schau dir unbedingt die Mindshift Business Masterclass an. In dieser Masterclass zeigt dir Katharina mit ihrer Methode The Process, wie du dein volles Potenzial entfalten und Blockaden lösen kannst, damit du dich auf das fokussierst, was du tief in deinem Herzen wirklich erreichen willst. Meine Aufgabe in der Masterclass wird sein, dir mit meinen über 20 Jahren Erfahrung als Unternehmensberater für Digital Brand & Business Building ein Geschäftsmodell zu entwickeln oder ein bestehendes zu optimieren, mit dem du kontinuierlich und garantiert wachsen wirst. Wir werden nicht zulassen, dass die Corona-Krise deine Existenz zerstört. Deswegen haben wir die nächste Masterclass mit mehr Fokus auf dein Business ausgerichtet. Sei dabei und bewirb dich jetzt für einen von 20 Plätzen. Wir werden noch in diesem Jahr starten und informieren dich über alles Weitere in einem persönlichen Vorgespräch. Mehr Informationen dazu findest du auf der Website www.mindshift.family und den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und nun geht's weiter hier. Ich sag's nochmal, Positionierung, also kenne dich selbst, wie bist du positioniert, was ist dein Pitch, Mission, Vision, alles was dazugehört, kennen wir. Die Inszenierung, das Erlebnis der Marke, die Inszenierung ist das Wichtigste und das Spannendste überhaupt. Warum? Weil es pure Emotion ist. Das ist pure Emotion. Und es ist pures Verkaufen. Wenn du eine Marke baust, verkaufst du. Wenn du eine Produktmarke baust, dann verkaufst du. Wenn du eine Personal Brand entwickelst, verkaufst du. Und das ist zu mindestens 80% pure Emotion. Alles andere kommt dann natürlich noch drauf. Ist das Fachwissen da? Sind die Kompetenzen da? Ist das Renommee da? Turnt der schon ein paar Jahre im Markt rum? Oder hat er sich das gestern Nacht ausgedacht? Alles, ja. All das ist natürlich wichtig. All das sind Fakten. Aber die Emotion, das packt uns als erstes. Das zieht uns magisch in den Bann. Und wenn das funktioniert, wenn die Inszenierung passt, funktioniert alles, was danach kommt, fast automatisch. Und diese Inszenierung, und deswegen habe ich den Einstieg heute so gewählt, sei alles außergewöhnlich. Wenn du diese Inszenierung auf außergewöhnliche Art und Weise schaffen kannst, wenn du genau weißt, was dich außergewöhnlich macht, an Fähigkeiten, an der besonderen Art deines Auftritts, dein Charisma, all das, ja. Vielleicht auch dein Außenauftritt. Das müssen ja nicht immer geschaffene Dinge sein. Oder das kann auch was Konstruiertes sein, ja. Du trägst immer eine rote Brille. Warum auch immer, ja. Wenn das dein Markenzeichen ist, wenn das deine Eigenart ist. Und bei den Eigenarten finden wir oftmals die Außergewöhnlichkeiten. Wenn, also, ich habe immer wieder so dieses Thema, ich bin ja ganz normal, was soll ich bei mir außergewöhnlich sein, ja. Jeder von uns hat eine Macke. Und dort liegt oftmals die Außergewöhnlichkeit begraben. Checkt das mal. Nach dem Podcast einfach mal so zwei, drei Minuten mal so in dich gehen, mal überlegen, hey, was habe ich eigentlich für Marotten. Oder noch besser, Lebenspartner, Lebenspartner dann fragen, ja. Die können das aus dem FF runterbeten. Welche Marotten, welche Eigenarten habe ich eigentlich. Und dann mal versuchen, das zu assoziieren und zu sagen, oh krass, ich mache das immer so, das stört meine Partnerin, aber es zeigt auch, wie wahnsinnig kreativ ich bin, ja. Also diese assoziative Denken mal kurz ankurbeln, ja, um diese Außergewöhnlichkeiten festzustellen. Und dann legt ihr das quasi wie eine Schablone auf euer Business und dann habt ihr dieses außergewöhnlich spannende Erlebnis geschaffen. Also die Inszenierung darf man niemals unterschätzen. Es ist Hollywood. Das ist euer Hollywood-Film, euer Hollywood-Streifen, den ihr mit eurer Marke bauen könnt. Ich wollte aber auch heute noch auf das ganze Thema Ego raus, weil ich, wie gesagt, ich glaube, es war eine Facebook-Gruppe damals, immer wieder gehört habe, hey, Personal Branding, wer macht das hier, Marke und sich inszenieren und wer will denn wen als Marke da aufbauen, was ist denn das alles, so. Okay, ja, das ist meine Perspektive, wie aussagekräftig auch immer, aber es ist ganz interessant, denn Ego hat für mich zweierlei Perspektiven. Die eine Perspektive ist das Ego in seiner reinen, natürlichen und selbstbestimmten Weise. Das bedeutet, es geht um mich, es geht um den eigenen Selbstwert, es geht um das eigene Selbstvertrauen und es geht auch um die Liebe zu sich selbst, also die Selbstliebe und das wiederum finde ich insofern ganz interessant, dass ich fast verpflichtet bin, mir selbst aus meiner Personality eine Marke zu entwickeln. Und mit entwickeln meinen wir niemals die nicht authentische Weise oder das nicht authentische Repräsentieren unserer selbst, sondern die Authentizität ist das Allerwichtigste. Also das Allerwichtigste ist, dass du bei dir bist, aber nichtsdestotrotz spannend sein kannst für dein Gegenüber. Und dem gegenüber steht das ganze Thema Egoist, also das erste ist auch ein Egoist, aber das zweite Egoistenthema ist im Grunde das Negative und das bedeutet, ich manipuliere andere. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst, um meine eigenen Vorteile nach vorn zu bringen. Ich habe also einen negativen Einfluss oder wirke negativ auf andere Menschen. Andere Menschen haben einen Nachteil, wenn sie mit mir arbeiten wollen, weil ich nur meinen Vorteil sehe. Das ist natürlich die negative Seite des Egoismus. Die positive Seite überwiegt für mich und ist viel spannender für uns, wenn wir über Personal Branding reden, denn wir müssen uns in der Zukunft mehr noch denn je behaupten, in dem, was wir tun. Wir müssen also behaupten erst mal auf der rationalen Ebene, also vom Haupte her, ich versuche das gerade gedanklich zu konstruieren, hier diese Antwort oder diesen Podcast. Das bedeutet, dass ich erst mal für mich klarkriegen muss und sagen kann, okay, wofür stehe ich, was sind meine Fähigkeiten und wie kann ich daraus eine Marke bauen? Dann habe ich die aber erst mal nur inhaltlich aufgeladen und nicht emotional aufgeladen. Und das ist dann ein wichtiger Punkt. Wir haben ja vorhin gesagt, 80% sind Emotionen. Das heißt, ich habe mich gerade nur um die 20% gekümmert. Wichtiger noch sind aber die 80% Emotionen und das muss ich natürlich so transportieren und nach außen kommunizieren, dass meine Wesenszüge zum Ausdruck kommen, nämlich, dass ich mit meiner Brand, mit meiner Personal Brand nutzenorientiert bin. Ich bin also nicht in der Gewinnmaximierung, das wäre wieder der negative Egoismus, ich will reicher werden, ich will mal mehr, 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 sondern ich bin in der Nutzenorientierung, das heißt, ich möchte für andere da sein. Dafür müssen mich aber andere erst finden. Und wenn ich sage per se, hey, du machst das ja nur für dein Ego, du baust ja die Personal Brand nur für dein Ego, hat diese Person zum einen Recht? Natürlich, aber nicht nur. Und deswegen hat sie auch wieder Unrecht, dass es nicht nur um uns selbst geht, sondern wir müssen ja erst einmal diesen Impuls gegeben haben, hey, ich habe hier einen Podcast, hör dir das Ding an und wenn du das wertvoll findest, hörst du es weiter und wenn dieses wertvoll für dich nicht aufhören möchte, gefühlt, weil dich jede Podcast-Folge interessiert, hey, dann teilst das vielleicht auch mit deinen Freunden und dann hilft das vielleicht irgendjemand anderen und das ist kostenlos. Und irgendwie entsteht zwischen uns eine Win-Win-Situation. Und das ist das, was ich total faszinierend finde und auch wichtig finde. Also wenn du jetzt zuhörst und Kinder hast zum Beispiel, dann versuch deine Kinder irgendwie in so einem Personal Branding-Fach anzumelden. Ich weiß, das gibt es nicht, vielleicht kann man es gründen, vielleicht können wir einen Online-Kurs zusammen machen, keine Ahnung, aber irgendwie müssen wir denen erklären, dass in der digitalen Matrix der Zukunft, und das ist ja nicht mehr Utopie, wir leben ja schon in Teilen zumindest in dieser Matrix, müssen wir dafür sorgen, dass wir uns sichtbar machen. In der Corona-Krise sehen wir jetzt, wer sichtbar ist und wer nicht sichtbar ist. Die, die nicht sichtbar sind, die sterben gerade in ihrem Business und wenn ein zweiter Lockdown kommen sollte, dann haben wir ja richtig ein Problem. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt anzufangen, seine Marke zu bauen und vor allen Dingen sein Business zu bauen. Es ist also nicht nur das Glänzen und dieses, hey, ich bin authentisch und total außergewöhnlich, sondern ich muss damit natürlich auch mein Business beatmen. Ich muss mein Unternehmen beatmen, ich muss meine Produkte damit beatmen. Wenn ich sympathisch empfunden werde, dann bin ich der Beste oder die Beste, die das Produkt bewerben kann, weil ich voll hinter diesem Produkt stehe. Wenn du mich fragst, das Top-Produkt bei uns ist die Mastermind. Das sind sieben Leute, die ich einlade jedes Jahr, also jedes Jahr sind es unterschiedliche Leute, sieben Leute, mit denen ich arbeiten möchte, mit denen ich, also die natürlich von dem profitieren, was ich weiß. Ich erfahre über diese Person natürlich auch noch mehr und ich mache mit denen richtig Business. Also wir machen Projekte zusammen und das ist so das, ja, wie soll ich sagen, das wichtigste Produkt, was ich in der Markenrebell-Welt habe und das ist für mich auch das spannendste Produkt, weil wir etwas gemeinsam erschaffen. Wir arbeiten gemeinsam an tollen Projekten mit tollen Klienten zusammen und deswegen muss ich da sehr selektiv vorgehen und für diese Arbeit brenne ich. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich jemandem davon erzähle oder wenn ich jemanden dafür gewinnen möchte, wie es aus mir raussprudelt. Und diese Außergewöhnlichkeit meiner Marke färbt natürlich auch ab auf mein Produkt. und wenn dann dieses, der Interessent oder der Klient oder der neue Teilnehmer für die Mastermind, denkt, wow, das ist ja mega cool, da will ich unbedingt mitmachen. Und dann erlebt er es auch noch. Ja, also die Beweisführung bestätigt noch mal das, was er oder sie am Anfang gedacht hat. So, dann ist natürlich der, das ist natürlich der Wahnsinn und die wahnsinnige Nachhaltigkeit, die ich erzeugen kann mit so einer Marke. Diese Person wird sagen, diese Mastermind, ich habe sie ein Jahr lang mitgemacht, die hat mich nach vorne geboostet, das ist der Wahnsinn und ich erzähle das Leuten weiter. Ich helfe mit, diese Mastermind weiter zu transportieren, weil sie Unternehmern, Unternehmerinnen mega cool hilft. Was war der Schlüssel? Der Schlüssel war der emotionale Moment, als ich feststellte, das eine ist das, was ich gedacht habe, was mir ja auch irgendwo verkauft wurde und das andere ist das, was ich tatsächlich erlebt habe. Und wenn ich das zusammenkriege, ist auch in eurem Business super spannend, und wenn ihr das in euren Produkten zusammenkriegt, dieses was, was soll der Kunde denken und was soll er tatsächlich erleben, das ist der Game Changer. Wenn diese beiden Grenzen verschmelzen, dann kann der virale Effekt entstehen und aus einem Kunden werden tausend Kunden. Nicht, weil tausend Leute das erfahren, sondern weil dieser eine Kunde das bei seinen tausend Facebook-Fans oder Instagram-Followern und so weiter kommunizieren wird, weil er oder sie so begeistert ist. Und diese Begeisterung, die multipliziert. Aber du musst over-deliveren, du musst mehr liefern, das muss noch mega sein. Also deswegen ist diese extra Meile zu gehen so super wichtig, weil weißt du vielleicht von dir auch, du kriegst jetzt irgendwie ein tolles Produkt, hast du dir online bestellt, kriegst du nach Hause und jetzt packst du das Ganze aus und deine Begeisterung ist mega. Du, zehn Minuten. Packst das aus, so stellst du es auf den Tisch, toll, wow, cool. Klar, guckst du dir die nächsten Tage noch intensiver an und freust dich, dass es da ist. Aber die Überschwänglichkeit ist vielleicht nicht immer da. Und das bedeutet, du gehst halt dann nicht irgendwie auf die Amazon-Plattform und sagst, hey, ich schreibe jetzt mal eine Rezension von der DIN-A4-Seite da rein. Machst du nicht. Machst du nicht. Ist das Ding aber defekt oder hast du damit wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, dann bist du der Erste oder die Erste, die da auf der Plattform unterwegs ist und sagt, hey, ich muss das jetzt einfach loswerden. Der Support ist eine Katastrophe, keiner reagiert auf mich, ich kann das Ding nicht zurückschicken, ich fühle mich verarscht. Ja, dann schreibst du eine Rezension, klar. So. Und das will ich damit sagen, du musst in dieser, was soll der Kunde, denken vorab und was soll er tatsächlich erleben, da musst du sowas von überzeugen und in der hohen Emotion unterwegs sein und mit jedem Detail überzeugen, dass dein Klient, dein Kunde am Ende sagt, hey, mega. Mega, das muss ich weiterempfehlen. Das macht mir Spaß, weil es mich voranbringt. Es hat mich zu dem Erfolg geführt, der mir am Anfang versprochen wurde und noch weit mehr als das. Da ist eine Freundschaft entstanden und so weiter und so fort. Also, das ist der große Game Changer. Sei alles außergewöhnlich bedeutet, du musst danach suchen. Du musst danach suchen, außergewöhnlich zu sein, du selbst, Ego, Personal Branding und etwas außergewöhnliches als dein Markenerlebnis verkaufen. Wenn das 0815 ist, dann ist das Erlebnis 0815. Wenn du ein geiles Produkt hast, dann wirst du Menschen erleben, die dieses geile Produkt schon gekauft haben oder jemanden, der das entwickelt hat, so wie ich die Mastermind entwickelt habe, der darüber begeistert spricht, dass du dich gerne anschließt und diesen Vertrauensvorschuss auch lieferst. Und das ist das Learning dieser außergewöhnlichen Podcast-Folge, die ich heute einfach mal so auf diesem Weg mal ganz anders am Anfang gestaltet habe. Aber es war weit Gott nicht, weiß Gott nicht, irgendwie außergewöhnlich. Also bei dem Intro hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dir diesen Impuls oder diese Anregung gegeben hat, hier unbedingt mitzumachen zum Thema Personal Branding. Also nimm diesen Podcast wirklich als deinen weiß ich nicht, selbstlernenden Kurs oder was. Schreib dir die Dinge auf und probiere sie aus. Also versuche herauszufinden, jetzt heute die Aufgabe, versuche herauszufinden, was deine Außergewöhnlichkeit sein kann oder ist. Und frag gerne Leute aus deinem Umfeld, die wissen es ganz sicher. Zumindest haben sie eine Ahnung. All right. Ich wünsche dir nur das Beste. Bleib alles außergewöhnlich. Und wir hören uns wieder zur nächsten Podcast-Folge. m 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 Untertitelung des ZDF, 2020